Was ist das Ergebnis der einen oder anderen in unserer Mannschaft? Also ich denke auf jeden Fall, dass das Ergebnis den einen oder anderen in unserer Mannschaft mich auch extrem gebrochen hat, aber wenn man das vergleicht zu unseren bisherigen Spielen der Saison, war es, denke ich, fast unser bester Auftritt und ich glaube auch, wenn wir so weiterspielen und in jedem Spiel das auf den Platz bringen, dann holen wir noch viele Punkte und dann kommt auch dieses Match-Glück wieder zurück. Ich bin so glücklich, ich möchte meinen Team helfen und heute mache ich dieses Ziel. Ja, das ist gut. Eigentlich geht es nur um dieses Verteidigen, dass man sich überall reinschmeißt. Das war heute 90 Minuten der Fall. Heute ist es die Energie für das Team, für die Krieg zusammen. Ich weiß nicht, aber es ist gut für das nächste Spiel. Es ist gut für das nächste Spiel. Ich weiß nicht, aber es ist gut für das Thema Spiel. Ich weiß nicht, wie ich meine Schraube.